Willkommen zurück zu einer neuen erschwinglichen Folge It Takes Two Coop Also weil es nur im Coop geht das Spiel Mit, ja, gut Sehr gut Ja, das gehört zu mir dazu Ich habe es mir irgendwie angewöhnt Immer bei irgendeinem Part Immer mal zu sagen, was halt gerade zum Thema passt Weiß ich damit nicht, ob wirklich erschwinglich Gerade Sinn gemacht hat, es mir sche... Lol Hä, guck mal, hier sind Ameisen, oder? Mach nicht schade Marienkäfer waren da Ameisen einfach Man kann dich kaputt machen Bro, warum hängt da eigentlich ein Schuh? Guck mal, direkt vor dir hängt ein Schuh Und ich bin schon wieder tot Ich bin gerade einfach zweimal hintereinander gestorben Warum kann man die Ameisen kaputt machen? Das wusste ich selber nicht Guck Ich weiß, wie ist ein Tierkleder Der macht einfach nichts Hier ist ein Papierflieger Mach vielleicht einen Doppelsprung Genau Guck mal Hier ist ein Papierflieger, will Stunen werfen? Du kannst schon damit zählen Na egal Kommt er wieder? Nein Ist doch kein Boomerang Ich meine, ob der respawns Achso, es gibt aber mehrere Ja, hier wäre ich gern mitgeflogen Und außerdem, Ameisen sind keine Tiere, das sind Insekten Ich hätte nicht gesagt, dass es Tiere sind Du hast gesagt, Tierquäler Boah, das sind auch Tiere, das sind doch Tiere Nein Hä? Why do you air? Ey, guck mal, da sind einfach Fenster in den Bäumen Mein Gott, dein Charakter wiederholt sich die ganze Zeit Weil du die ganze Zeit stirbst Ihr Sordi, ich bin nicht Tatsache Du musst da nicht rein Alienraumschiffe Ja, bestimmt Die Ameisen Boah Die Ameisen sind unsere Feinde Ah Warte, kann man da hoch? Habe ich gerade auch versucht Nein, kann man nicht, du fliegst nur wieder runter Aber guck mal, die Ameisen zeigen dir sogar wohl lang Oh, ne Schaukel Naja, also ich hätte mich gerne auf die Schau Du bist so ein Genie, Alter Einfach zu früh drauf springen Oh, hier ist ein Papierflieger Willst du den werfen? Ich hab das jetzt mal Guck, du kannst damit zielen Und zack Und bei Boah, lass mal anschauen, wie er oben hinterfliegt Ich kann nicht, ah da, da ist er Wo ist er? Ah lol, der ist ja wirklich noch Ah, jetzt kann man den nicht mehr sehen Ja, der ist wahrscheinlich ein bisschen hinten in die Berge geflogen Willkommen zurück zu Let's Play Mario Wo man auf Pilzen nämlich hoch springt Ah Alter, ich hab mich sogar noch gerettet Ich hab mich schon wieder gerettet, aber immer beim gleichen Boah, fast try Guck mal, ich wär einfach zweimal fast runtergeflogen, weil ich zu früh getrickt habe Aber ich hab mich dann immer wieder gerettet Oh, guck mal, jetzt geht da was auf Wer hat sich das schon gebaut? Gute Frage Die Ja Er ist noch ein bisschen nach oben Lärtschicht hier Ne Er schaut mich mit diesem Blick denn, also ja 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 Das Ja Ja Schau dir die Eichhörnchen. Nein, nein, nein. Wir wurden gefangen genommen von Eichhörnchen. Ich hab doch, ich hab immer gesagt, Eichhörnchen sind böse. Ich hab's immer gesagt. Die sind nicht unbedingt böse. Am Anfang sind sie böse im Moment. Das ist tatsächlich voll traurig. Die sind ja eigentlich nicht mehr wirklich... Ja, die Seele ist aus ihnen rausgegangen. Genau. Eigentlich so gut wie tot. Es ist eigentlich, als würden sie schlafen gerade. Ja, aber ich... ja. Ich glaube, mit dem Buch habe ich... Ne, das musst du eigentlich sagen, du bist der Vater. Mit dem Buch haben wir genug Auseinandersetzungen. Verräterin. Das verlässt mich einfach. Hö? Ach so. Hä? Die verlässt ja ihn. Ja. Passiert halt leider manchmal, ne? Vom Video-Klammer an mein Rücken ist einfach in den Spuren drin. Ja. Regenschirm nach unten. Was soll das jetzt heißen? Guck mal! Militär-Eichhörnchen! Ja, ich hab's gehofft noch nicht verlaufen. Der... ey, kennst du die Leute, wo es den Stift hinter die Ohren tun? Hm? Den Stift da so zwischen die Ohren... Ja, hab's gesehen. Also, das find ich eigentlich ganz lustig. Und das sind unsere Feinde, die Wespen. Die sind eigentlich auch... eigentlich auch die Feinde von den Eichhörnchen. Ich weiß nicht, warum die die jetzt einsetzen, um uns zu töten. Ja, so, als würden sie uns halt foltern. Wir tecken was, irgendwie. Ja. Der hat's grad auch vorgeschlagen, dass... dass wir mit ihnen zusammenarbeiten. Vom... dieses Glas, wo man sich hindurchsehen kann, ist eigentlich voll teuer. Ja. Vom haben die das? Wieso haben wir ne Werkzeugkiste, die uns den letzten Paaren versucht hat umzubringen? Ja. Du hast ein bisschen zu viel experimentiert. Du machst hier die Baugen. Pst. 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 Alles klar. Boah, richtig böse. Alter hat der... Alter hat der einen Schweif, Junge. Das liegt einfach nur... Guck mal! Das liegt... Aha. Ja, ich rede nicht weiter, sonst gibt's ganz lustige Kommentare. Ja. Ja. Du bist grad der durch den Schweif gegangen. Guck mal. Die Bilder. Die sind ihre Götter. Hey, das ist mein Unterweir. Was? Haha. Ja, das ist wie die Flügel dort. Deine Unterfesche. Äh, das kann ich erklären. Hä? Das kann ich erklären. Vor einem alten, einem ganz alten Zeit. Oh, oh, warte. Anni-Me-Alert. Ja, das sind unsere Feinde hier. Das sind unsere Gegner. An dem letzten Level hatten wir ja nicht wirkliche Gegner eigentlich. Wir hatten halt die Bosch-Gegner. Ja schon, nur die Bosse halt. Ja. Und Strom. Ja. Und den anderen. You nuts! Das ist lustig, weil das sind Eichhörnchen und die mögen Lüsse. Deswegen. So, und der Bosch dort hat ein Auge, ein kleines Auge. Ja. Du bekommst diese Waffe. Ja. Und ich bekomm die Waffe hier. Aber, warte mal kurz. Die Waffe bringt mir nix. Nämlich, wenn das so Wespen sind, musst du die erstmal voll machen und dann kann ich sie erst töten. Oder allgemein musst du manche Sachen erst damit abschießen. Also meine Waffe bringt auch nicht wirklich viel ohne deine. Das ist ja das. Das meine ich ja. Sammer statt dem Hammer, so will ich ihr Waffen. Von Schwert und Schild, so äh, Maschinengewehr und Sniper. Ja. Ne, Bogen und, äh, Schild. Äh, Bogen. Schild, äh, Schild. Ja, Bogen, dort ist Schwert. Und jetzt habe ich Maschinengewehr und Sniper. Warum gehen wir allein vor allem? Ja. Ach, ich muss nicht, wenn du die Hive verbringst. Was? 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 Streichhölzer, ach so. Da habe ich ja Benzin. Jetzt streiten sie wieder. So in etwa. Ja, aber die bringen uns ja alleine nichts. Da müssen wir dann schon zusammenarbeiten. Aber nicht so oft rumschießen, weil es geht auch leer. Und jetzt ist es leer. Aber es füllt sich wieder nach. Also ich mache dich nicht. Hier ist einfach eine Uhr. Ja, ich könnte da jetzt theoretisch draufschießen. Ah, ich muss wahrscheinlich... Ja, genau, schieß da mal drauf. Das ist so sagen, wie Honigmäßig. Ja, geht doch, geht doch. Das ist, äh, das haltet ewig. Warte, explodiert das auch bei damit? Nein. Weil es ist der Feuer. Also ich bin schon mal weitergegangen, ne? So und jetzt... Genau, schieß mal aufs Tor. Nein, aufs Tor. So. Alter. What the... Ah, hier können wir Zielen üben. Wo? Ah. Kürz. Komm her. Warte, du musst erst mal auf was draufschießen und nicht. Bis dort. Ich muss nachladen. Ich habe nämlich nur drei Schüsse und dann dauert es wieder. Wer da? Wo? Da, wo ich... Ach so. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, komm. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, oder? Warte, kriegt das eigentlich das da? Du was? Ich muss irgendwie mal ausprobieren. Oh. Ich finde halt diese Details voll gut. Ja. Musst du hier wieder auf das Tor draufschießen? Ja, das reicht schon, das reicht schon. Oh. Warte mal kurz. Jetzt komm durch. Okay. Was ist das da? Aufprobieren. Das bringt nichts, das bringt nichts. Ähm, schießen wir auf die Brücke. Sehr gut. Gut gemacht. Hä? 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 Du warst am Seil. Ja, aber trotzdem. Ja, das sah schon witzig aus, gell? Oh. Ah ja, hol die Plattform runter. Das da, oder was? Ah, warte mal kurz. Erstmal muss ich das hier abschießen. Jetzt warte. Ah. Komm hierher, komm hierher. Jetzt ist es nämlich wieder oben. Jetzt schieß mal. Genau. Mach. Jetzt können wir da hochkommen. Komm, auch nicht. Moment, jetzt muss ich erstmal hier das hier wieder abschießen. Und jetzt gehen wir nach oben. Cool, oder? Ja, genau, sehr gut. So. Okay. Mach auf. Ne Lücke. Oh. Eigentlich voll in der Fresse explodiert. Du hast schon den ganzen Körper. Warte mal kurz. Ah ja, perfekt. Genau. Holt es mal weiter runter. So. Und jetzt nach oben. Ja. Ich mach das hier weiter. Ah ja. Okay. Jetzt schießt es wieder an. Und jetzt da hoch. Perfekt. Teamwork. Man muss hier echt gut rumrätseln hier, ne? Ich will eigentlich nicht so wirklich. Naja, das kommt bestimmt mit der Siege auch daran, dass ich das halt schon gemacht habe. Nein, nein, nein. Das bringt nichts. Da. Genau. Guck mal da. Der wo? Das gelbe. Ach so. Guck mal, da ist nämlich so ein Seil. Ja, man muss sich dann festhandeln. Dann mal kurz. Ne, ich muss mich festhandeln. Und damit du das wieder wegmachen kannst. Ja, genau. Mach das mal. Okay. Ja, hast recht. Gut mitgedacht. Ah, man muss ja auch mit Joycey gehen. So hin und her springen. Ja, ja. Warte kurz. Irgendwo gehst du zu der Seite, wo du dich draufhängen kannst. Ja, genau. Okay. Abspringt. Sehr schön. Jetzt warte. Ja, genau. Mach deine Stammattacke. Guck mal. Ja, komm hoch jetzt. Boah, ich hab's gerade falsch verstanden. Dachte du wärst out of map, oder? Ja, das ist dann. Oh, das wird sick. Ja, genau. Guck mal. Warte mal kurz. Bevor wir hier weitermachen. Guck mal, siehst du das? Da musst du mir nämlich dann immer wieder hier. Also, Katja, ich stelle mich hier drauf. Das wird schwer für dich. Ich dachte, ich muss da anspringen. Ja, ich hab nie... Nee, du musst da drauf jetzt. Ich hab's jetzt aus der Serie in Distanz. Dann musst du weiter drauf schießen. Nee, du musst wegmachen. Mach mal weg. Siehst du? Ah, okay, sorry. So. So, und jetzt steh ich hier. Pass auf, jetzt musst du mir hier schnell helfen. Schieß aufs obere. Nein, von der anderen Seite. Geh weiter nach links. Ha, hallo? Du sollst weiter nach links. Ja, okay, gut, passt so. Du sollst weiter nach links laufen, damit du besser draufziehen kannst. Aber ja, okay, so geht's auch. Ich hab halt, ähm, so gerade halt drauf geschossen. Aber ja, okay, gut, so geht's auch. Warte, warte, warte. Stehst du drauf? Ja. Man muss ja auf das Gleichgewicht schauen. Wo, äh, wo, damit das, äh... Ja, ja, es hat ja geklappt, dann ist ja gut. Nur ich hab's halt anders gemacht. Ähm, was ist das? Warte, komm mal her. Aber wahrscheinlich wenigstens, oder so was in der Art. Ja. Start. Alter. Was ist das jetzt? Hä? Nein. Nein, nein, das wagst du nicht. Das wagst du gar nicht. Ich bist der Eichel. Ah. Guck mal auf mein Screen. Ja, ich seh's. Probier mal alle aus. Mach mal den Elektroschock. Ja, okay, der Wind, die geht auch. Wobbel? Ja, das geht ja. Ja, eigentlich nicht. Ach. Ah. Aua. Jetzt Elektro. Und jetzt musst du auf Stop drücken. Ja, du hast deinen Spaß. Jetzt rück auf Stop. Jetzt mach Stop. Wir müssen weitermachen. Ah. Mach ne Stamm-Attacke. Sicher? Ganz sicher. Mach ich ne Stamm-Attacke, Mann. Ich will hier raus. Warte, lade ich jetzt alles rum? Nein, das ist eh das gleiche. Komm mit. Ja, da kannst du eh nicht mehr. Guck, das geht eh nicht mehr. Ja. Ah, warte. Ich hab... Okay, schieß mal auf alle. Auf alle, auf alle roten Dinger drauf. Also markier die. Achso, das haltet das ja fest. Ja, schon ein bisschen mehr auf die andere noch drauf schießen. Ja, okay. Ja, geht auch so. Jetzt geh da mal runter. Geh runter. Warte kurz, warte. Ich damit alles verbunden ist zu sein. Damit du nur einmal schießen musst. So, jetzt. Ja, man muss das auch beim ersten Mal schaffen. Das ist ja der Point. Also, hier kann man... Pass doch mal da drauf. Ja. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Du bist runter. Runtergefahren. Ja, hier muss man ja runter, aber... Das sah jetzt hier grad schon ein bisschen interessant aus hier. So. Perfekt. Ja, genau. Sehr gut. Mach das. Jetzt. Du musst Fuß geben. Achso, nee. Das gibt... Das da gibt uns Fuß. Ah. Jetzt hast du uns wieder zurückgefahren. Hör mal auf, das draufzuschießen. Das dauert sonst echt Ewigkeiten. Was machst du denn? Du fährst uns grad die ganze Zeit zurück. Bist du bescheuert? Du fährst uns schon wieder zurück. Ich verweigst dieses ganze Zeit. So. Sehr gut. Ich schieße das andere jetzt ab. Also nicht das vor uns. Oder so, der Ding. Weihnachtsdekoration einfach. Was haben wir, ich die Eichernchen hier alles? What the fuck? Welche sind die Westen? Stimmt. Oh, jetzt genau. Du musst die Westen markieren, dann muss ich sie töten. Ah, du hast die nicht markiert. Meister. Wir haben grad zwei getildet. Mei, Doppelpunkt. Wir haben eine gekriegt. Dann müssen weiter zurück. Das war's. Aber da kommen natürlich noch mehr. Es kommen auch Bosskämpfe, die so funktionieren. Äh, 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 was zur Hölle ist das? Das kann man nicht schieben. Eine Nuss einfach. Nuss. Ich konnte das hier davon in eine Nuss verwandeln. Ja. Aber dann bin ich leider jetzt gestorben. Ist das uns echt cool gewesen. Nein, 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 warte mal kurz. Geh mal nach unten, geh mal nach unten. Ja, nicht so. Kannst du auf das Gelbe drauf schießen, damit ich irgendwie nach oben komme? Ja, ich muss sogar. Lol, was ist das denn? Ach so, das ist Explosion zu sagen. Äh. Warte, ich muss wieder... Stell dich drauf, stell dich oben drauf auf Mainz, wo ich grad drauf stehe. Jetzt musst du runter. Ja, eben. Okay, jetzt warte. Viel Spaß. Jetzt musst du da drauf schießen. Jetzt. Ah ja, warte mal kurz, jetzt geh weiter nach links damit rüber. Mach mir eine Spur. Guck mal, siehst du da das Gelbe bei mir? Was? Bei dir? Dreh dich mal unten, dreh dich mal nach hinten. Mach da so eine Spur hin, damit ich das treffen kann. Oh, damit es auch noch das andere verbindet vielleicht, dass das weg muss. Ja, so. Ja, siehst du? Wo bin ich denn? Ach so, hier steht Brücke. Ich glaub, das ist, äh, nee. Guck mal hier bei den Nüssen. Das ist ja herrlich. Ach so, ja, ihr beruhigt dich doch mal. Äh, ja, ist da oben hier, oder? Nein. Da das Ziel, das kann ich nämlich anschießen. Wallchamp-König. Hier ist ein, hier ist ein, hier ist ein, hier ist einfach ein Ball. Kau ziehen? Wo? Wo? Hier. Oh, let's go, Alter. Okay, wir müssen einfach wahrscheinlich 3x-Bam. Ja. Da bist du eigentlich auch gut drin, das wird jetzt ein bisschen schwer. Nein, okay. Mal gucken, ob sich die ganze Quick-Tab-Events damals gelohnt haben bei Heavy Rain. Das liegt daran, dass ich so oft... Nochmal, nochmal. Okay, noch eine Runde mal. Okay. Mein Arm tut grad weh. Bei A Way Out gab's ja auch dieses Arm drücken, aber ich glaub, da warst du sogar besser, gell? Ja. Oder? Beim Arm drücken... Einmal hast du, bist einmal echt besser. Ja, das ist... Aber beim Arm drücken war das auch echt schwer. Vor allem, wenn du gegen einen spielst, der so richtig auch so einen Trigger-Finger hat wie du. Komm schon. Ins fallendes Loch, da gibt's Süßigkeiten. Jetzt zu letzter los, da Süßigkeiten geil. Dort gibt's Littenheim, das Drehenkorn holst du dir. Oh, scheiße, ja, Mann. Nein, schwarz. Oh, mein Finger, der hält's langsam nicht durch. Nein. Nein. Jetzt fall doch da runter, jetzt. Ich geh nicht unter, du gehst unter, Cody. Verdammte Scheiße. Davon hab ich mich nicht so angesteckt wie jetzt. Ja, das merk ich grad. Dein Finger schläft ein. Alter, ist das spannend. Na los! Ich hab bei A Way Out so gespampt bei der einen Trophäe, weißt du's noch? Ja. Au, 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 au. Au, ich geb auf, ich geb auf. Nein, doch nicht. Auf Hause. Ah. Ey, du bist nur eine Mariotte. Ich zieh die Feen. Nein. Nein, nix, Papa. Nein. Ich muss nicht schon wieder einen anderen Finger benutzen. Oh, jetzt, jetzt geht er ab. Ah, Gigi. Das war eine knappe Runde diesmal. May gewinnt. Aber wenn mir nicht der Arm eingeschlafen oder halt kaputt gegangen wäre. Bei mir ist er auch eingeschlafen. Oh, wieso hab ich einen Punkt? Achso, weil du ja mal gespielt hast, wahrscheinlich. Nein. Das eine, eine Minispiel. Achso, das andere. Ja, das zählt ja natürlich dazu. Aua. Ich würde das sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Und ciao. 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 Ciao.